So, mal durchgabeln und weiter geht's. So, diesmal mit mehr Konzentration. So, hinterher. Zack. So, wow, ein Leben. Oh, okay. Immer mal hier. Durch die Kumbas. Bumbasta. Bing, bing. Ah, ein Sternchen. Und I see the light. Und jetzt noch hier an der... Hier war eigentlich... Na, da gibt es ja dann mal was ein Leben. Pilz, aber war wohl diesmal nicht der Fall. So, was hier? Da, da, da. Und warum bin ich jetzt nicht... Warum springt der hier? Och, da wieder. So, da wieder hoch. La, la, la. So, jetzt werde ich mich mal ein bisschen mehr zusammenreißen und mich wieder so eine dumme Kacke da abziehen. Wie gerade eben noch. So, das geht's. Schieß nicht. Zack. Und... Jawoll. So, hier müssten bestimmt 100% wieder ein Pilz sein. Da ist ja einer. Wunderbar. Ha, 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 ha. Na, na. Ha, ha, ha. warum bin ich jetzt ich dumm Wasserwelle ohne Feuerbube sehr gute Idee oh hau ab ah heim nix wie raus hier weg weg durch hier durch 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 wo's raus hier oh war doch keine schlechte Idee mal was er hier die Hammerbrüder ich bin jetzt schon mal wieder ein Stern und los geht's groß da ober hoch wieder runter wieder hoch wieder runter so und auf die Flagge you are a pirate you are a pirate ich hab nein ich hab nicht gesungen lalala da 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 ich bin Mario der kleine dritten Pirate glala lalala Matsch Matsch jetzt gehen wir erstmal hier und da ui 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 huu hu hui ui 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 Ja, super klein. Jetzt muss ich Anlauf nehmen. Das wird ganz böse enden. Komm, jetzt komm. Ja, gut, gut. Nein, der kommt da, wo ich sprange. Ich hasse immer diese unfairen Szenen. Die geben mir manchmal richtig auf den Leim. Oh, nee. Ach, Gott, ey. Wie, bin ich blind oder sieht das Schloss irgendwie so lange gezogen aus? Hm. Optische Täuschung, bestimmt. Ich hab's geahnt. Ich hab gerade die ganze Zeit in Gedanken gehabt. Ist das das Level? Ja, ist das Level. Oh, Gott. Ich verzichte auf den Pilzdunkend und gehe lieber so weiter. Ach, ja. Ich bin gerade wieder auf was getroffen. Ich bin gerade auf was getroffen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich renne einfach durch. Jawohl. Oh, nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020